Präsidentschaft und Kongress, das sind die beiden nationalen Wahlen, die am 5. November die meiste Aufmerksamkeit bekommen werden. Aber es gibt an dem Tag eine ganze Reihe von Wahlen, zum Beispiel über 150 Volksabstimmungen in 41 Bundesstaaten. Das sind zum Beispiel Volksabstimmungen zum Thema Abtreibung. Das Thema ist hochpolarisiert. Nachdem das Supreme Court das nationale Abtreibungsrecht ausgesetzt hatte, sind jetzt die Bundesstaaten am Zug. In mindestens elf Bundesstaaten gibt es Initiativen, die Frage mit Volksabstimmungen zu klären. Besonders Demokraten hoffen, mit dem Recht auf Abtreibung, auf körperliche Selbstbestimmung, besonders Wählerinnen mobilisieren zu können. In Bundesstaaten wie North Dakota würde eine erfolgreiche Abstimmung Abtreibung ermöglichen. In anderen wie Colorado das Recht in der Staatsverfassung festschreiben. Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner zumindest für ein teilweises Recht auf Abtreibung ist. Weitere Themen für Volksabstimmungen. In Alaska und Missouri geht es um die Höhe des Mindestlohns, in fünf Bundesstaaten um die Legalisierung von Marihuana. Und in Utah gibt es eine Volksabstimmung, ob das Parlament das Recht bekommt, Volksabstimmungen nachträglich zu ändern oder zu ignorieren. Gewählt werden auch zahlreiche Gouverneure und Staatsbeamte und Bürgermeister. National für Aufsehen gesorgt hat die Gouverneursfahle in North Carolina. Der republikanische Kandidat Mark Robinson muss sich gegen Vorwürfe wehren, er habe sich schwarzer Nazi genannt und auf Pornoseiten kommentiert, während er sich als strikt konservativer Verteidiger von Familienwerten inszenierte. Umfragen geben jetzt seinem demokratischen Konkurrenten gute Hoffnung auf einen Sieg.